Joa, das ist Rap und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Heute seht ihr ein sehr, 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 sehr geiles Video, liebe Freunde. Und zwar habe ich mich nach längerem mal wieder an Arena herangetraut. Und ich muss sagen, ich war von mir selber überrascht, wie gut ich wirklich gespielt habe. Ich habe das auch im Video wahrscheinlich sehr oft gesagt. Und zwar habe ich mit einem Drüben aus meinem Chat gespielt, der ist so 10, 11, 12. Vielleicht ist es mein neuer Duo-Mate, ich weiß es nicht. Und wir haben geisteskrank gut zusammengespielt, also wirklich. Erste Runde habe ich sogar ein bisschen gecaylet, würde ich sagen. Weiß nicht, ich habe irgendwie... Ich war überrascht, wie gut ich gespielt habe. Ich bin ehrlich. Und in der zweiten Runde haben wir auf jeden Fall einen Win geholt. War sehr, sehr geil. Wir haben gespielt. Wie ein Traum. Wie ein einziger Traum. Wenn euch das ganz gefällt und wenn ihr mehr von der Duo-Kommie sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal. Da tragt ihr meinen Creator-Code. Schandt die im ITEM-Shop ein. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wo steppt der Gauner rum? Tommy? Ich bin tot. Ich fahre mich hin. Ich bin tot. Och, Digga. Komm her, jetzt bitte ehrlich. 50. 180. Hab ihn, Bro, hab ihn, Bro. Der war ja echt gut. She weird? Oh, nein. She weird, Bro. Na, Bro. Hier noch einer. She, Bro. Ich schiehe hart da unten auf. Peace. Hab ich gepeace? 70. Oh, my one pump. Digga, ich bin ein geiler Typ. Nee, ein bisschen. Wo bin ich denn? Keiner. 24. Nee, ich glaub auf Tankstelle. Ich glaub auf den. Ich glaub auf den. Ich hab den gedroppt. 100 Fokus-Gin. Auf einen, auf einen. Habt ihr geholfen? Bin tot. 99, auf einen. Oh, my God. Hab ihn ge... Hab ihn ge... Hab ihn zurückge... Bin tot. Ich hab... Nix. Kein Leben. Bin wirklich tot jetzt? Och, Digga, Manu. Shark. Wir haben ihn gold. Ich schreit's um. Minus 81. Ein AP. Oh, my God. Cool. Das hoch, das hoch am Mann. Hoch am Mann, oder? Eins. Hä? Hier, um mir. Ein AP. Nice. Lass du das rein, das rein. Ich muss mich kurz hin. Okay, alles gut. Ich mach alles kaputt. Mein Block liegt da unten. Äh, ich komm. Ich... Ich hab eine AP. Eine AP. Nice. Pass auf, der Mate. Der ist. 100 dead. Bin da. Mach auf. Ab ihn, ab ihn, ab ihn. In mir. Das ist gar nicht vieles 100 irgendwie. Der hat er... Der ist eine AP. Das ist mir egal. Ich hab ihn gef... Wieder aufgemacht, alles. Ich... Soll ich mal machen, du hilfst? Äh... Schlechte Idee. Ich hab mal durch. Warte. Guck mal jetzt. Einer... Einer, 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 weiß. Andere noch. 100 dead. Na, Digga, okay, wir sind wirklich, wir sind wirklich crazy. Haben die eigentlich Spaß? Wieder cracked? Peace. Eine AP. Groß. Bro. Digga. Nice, bro. GG's, bro. Was ne coole Runde, Ted. 10. Andere, eine AP. Andere, minus 93. Hab einen. Ich hab einen Plan, ich hab einen Plan. Das ist kein AP wieder. 21, 21 auf ihn. Ein AP? Der ist. Mein Plan ist aufgegangen. Der ist da, der ist da. Ein AP. 50, 160. Stark. Finish. Finish, finish. Come on, finish. Hammer, Splashies. Nimm den Hammer und tapp' man dich weg mit den Splashies. Das ist echt mein Plan. Lustig. Der kommt mich holen. Minus 34 auf ihn. Mach auf. Du hast mein Leben. A AP. Easy low. Roll 2. Äh, geht noch um ihn. Das ist halt so Karma lustig. Der ist low. Der ist gar nicht low. Ist auch nicht, ich hab dich mal verarscht. Soll ich hoch? Ich hoch. Weggeboostet. Äh, minus, äh, ab, 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 minus 50 auf einen. Trinkt. Sieben, schau dir halt. 50 weit, Riesen-Skin. Omni? Ja, Digga. Schade. So, Bro. Äh. Ey, schade, wäre gut geworden. Ja, ich bin gut. Nein, es wird uns nicht. Ladner, du. Dummes Kind. Was machst du da? Nein, ich bin so. Ja, jetzt ist es over. Jetzt ist es echt over. Bin mit. Oh nein, what the fuck. Oh, Pression? Nice. Als der Präsident geworden ist, warst du einfach zwei oder so, ne? Ne, warte mal. Als der Präsident geworden ist, war ich. Da war ich. Nein, nein. Das ist ja dumm eigentlich. Was macht der da? Oh, der ist gut. Der hat über sechs Jahre, als Donald Trump. Jetzt die zwei Dussel und ich vier. Ne. Ja, nein. Zwei Dussel, das ist auch los. Was ist denn, was ist denn, was ist denn, was ist denn so ein Pistol, Bro? Ja, ich sag doch. Der hat kein Dings. Die sind ein Rückschuss. Ah, das ist not. Dings, die Pistol. Vor allem, du bist losgegangen, denn die denken wirklich, du cheatest. Die denken, du hast gerade einen neuen Account gehabt, sonst zu cheaten. Ach so! Komm nicht! Nein, du bist ja echt kein Fertigster. Wie viele Kills hast du? Wie viele Kills hast du? Kannst du vom Kills oder vom Erlnstus kaufen, Bro? Ich verstecke die 25 Subs, wer will da einen? Ja, das ist glaube ich, Captain 25 Subs versteckt. Was? Das ist glaube ich. Vielen Dank.